Alles klar. Also, ich bin Ralf Buhlamer, ich mache Käse. Wir haben Kühe und Ziege, das heißt Kuh und Zuhmilchkäse. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Senf dabei, die dann zu dem Käse abgestimmt passen. Wo findet man euch, wo kann man eure Produkte kaufen? Wir haben es im Internet, das ist über www.naturveredler.com. Und sonst sind wir viel auf den Märkten. Und bei Auszug der Hofläden, wir haben knapp 50 Hofläden. Allerdings jetzt hier in der Region weniger, aber da sind wir noch am Arbeiten. Danke.